Visualisierung der Materialfluss- und Lagerprozesse Die folgende Aufnahme zeigt, wie die Firma W3 Logistics AG Materialfluss- und Lagerprozesse darstellen kann. Als Grundlage der Modellierung wird die vorhandene technische Zeichnung genommen. Aus dieser entsteht ein abstrahiertes Modell. Das sichtbare Feld ist unterteilt in drei Fenster. In das Hauptarbeitsfenster, das Informationsfenster mit den Properties und Values und in das Navigationsfenster, mit dem man im Hauptarbeitsfenster navigieren kann. Durch Anklicken der einzelnen Materialflusskomponenten kann man relevante Informationen abrufen. Das Navigationsfenster kann beliebig vergrößert oder auf einem zweiten Bildschirm angezeigt werden. Beim Auftreten eines Fehlers wird die betroffene Komponente rot angezeigt. Zur genaueren Ansicht unseres Fehlers zoomen wir innerhalb des Hauptfensters. Es fällt auf, dass in der vorgeschalteten Komponente sich schon Ladehilfsmittel stauen. Durch Anklicken der fehlerhaften Komponente werden dem Benutzer sowohl Fehlerhistorie als auch der aktuelle Fehler angezeigt. Nach der Behebung des Fehlers schaltet sich die fehlerhafte Komponente automatisch wieder auf grün und der Materialfluss kann wie gewohnt weiterlaufen. ㅋㅋㅋㅋ Nach der Behebung des terroristes Queர schaltet sich die